an Annetz und mit seiner weiteren Aufnahme von Battlefront zusammen mit Markus und Futur. Wir spielen die Beta, you bitches! Markus und ich sind auf der Rebellen-Seite, Futur ist unser Gegner und ich habe am Anfang schon direkt ihn. Wir sind auf der Imperialen und Futur ist ein Rebellen und ja direkt am Anfang habe ich mir mal hier ein AT-ST geholt. So, irgendjemand von uns muss mal das andere Terminal ausschalten da. Äh, sind auch dabei. Da hat sich gleich mal eine Fahrt bietet. Dr. Troll. Ah, ich schaff doch irgendwie nichts anderes. Waffe ist kacke, wenn eine andere Waffe. So, dann kauf dir eine. Wieder tun. Aber du kannst ihn nicht mehr. Du kannst Waffe wechseln, wenn du es nicht schon gekauft hast. Das geht noch. Alter, mich will die... Mich will Anakin angreifen. Find ich jetzt uncool. Wird gerne in den Bunker da reingehen. Oder auch nicht. Alter, Anakin will mich ficken. Anakin hat mich gefickt. Ich habe Anakin richtig gegeben. Äh, Luke. Ja, ist ja quasi Anakin. Da, heim? Na, heim? Na, heim? Das ist eigentlich ja nicht da langsam. Darf ich das ja nicht hin, ja. Aber sag's gar nicht. Pist dich erst tot, eigentlich. Sorge voll auf mit dem... Weil die können... Ich finde die Yetis sind einfach zu stark... Äh, die Jedi sind zu stark gegen die Fahrzeuge. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie... dieses scheiß der foto aber ich hab dich leider noch nicht erwischt kommen auf die von dir aus gesehen linke seite dann kann ich dich zumindest abfahren und natürlich gar alles ihr habt auch nur einen extreme bisher das ist halt echt armselig muss sagen der foto kommt jetzt immer auf die linke seite nur die richtige seite der macht scharfschütze damit 2 ja also doch wieder auf der weise die eventuell auch die ganze Zeit rum ja unser Team dominiert euch hart so wie er es werde gefestet ich habe auch gerade eine 5,0 klar warum legt mich doch abweilig aber da kann er zwei keine Rolle oder macht es ist tot oh man langweilig können da mal gegner kommen ich stehe hier alleine am punkt und es kommt einfach keiner bevor wir ein ATS-T aufräumen so jetzt kommen wieder welche und wir haben den ATS-T getötet und jetzt kommen richtig viele auf links alter richtig viele scharfschütze level 3 so jetzt bin ich tot ich habe noch einige von dem weg geholt ich habe da gespawnt wo du warst habe ihn getötet ich schaue dass ich jetzt nach links rüber komme nach rechts müsste ich möchte noch aus Husors Perspektive damit er weiß wo er mich findet ich gebe dir mit dem DF 9 Verstärkung so hab wieder ein weg geholt ich habe wieder ein weg geholt wenn ich war ich bin wieder keine gegner mehr das ist echt alt kommen sie gleich auf links scharfschütze level 3 ein zweiter aber ein anderer von was haben gerade vom himmel geflogen ablenkt die Fender Street 10 Verteidigungsschüsse Kills gerade eben bin ich echt gut ich bin der 13 zu 2 habe den höchsten Scorer bei uns im Team läuft in mir als das hat was von mir gesagt direkt das das ist alles war ein paar Spiele auf der Seite da drüben er noch ein Teil vertreten alter sie haben erst zwei X-Wings guter so wie aber jetzt nicht gerade eine Meisterleitung ist Ja, Y-Wings, weil die X-Wings sind die, wo du spawnen kannst, ne? Futo 0 zu 6, willst du mich verarschen? 0 zu 7! Jetzt guck mal bitte an, was ich habe. Ich steh ganz oben auf meiner Seite übrigens. So mit der 15 zu 2. Schade, dass ich dich noch nicht erwischt hab. Du hättest das verdient. Oh, Markus. Markus will vorbeifliegen und... Boah! Ich dachte schon, du knallst auf den Boden. Das sah verdächtig danach aus. Boah, Alter, das ist schwierig. Kacke. Habe ich dich jetzt erwischt, Futo? Nein, habe ich nicht. Da war wieder ein anderer. Scheiße. What? Mit dem Slag kann man keine Teilfahrt fliegen. Was, ich mal wollte die Schüsse kommen und sie sind wieder tot. Geil, die hatten jetzt echt... Ich bin zwei Bomber, das war's mir. Passiert nicht mehr. Gleich sind unsere Dinger wieder einsatzfähig und dann geht's weiter. Sehr erfolgreich, muss ich sagen. So, jetzt höre ich mir auch mal ein Flugzeug. Damit ihr das auch bei den großen gehen. Nein, nein, kann ich nicht. Weil solche Wunsten nämlich wieder abballern. So, ich habe mir jetzt einen TIE-Fighter geholt. Damit... Einmal hier die Abonnenten auf den Luftkampf sehen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gezeigt hattet, in eurem letzten Aufnahmen. Nein, Topzone gibt's ja nicht. So, ihr habt nur Dropzone gespielt? Ja, wir haben zwei roten Topzone gespielt. Ach so. Die TIE-Fighter bringen sich viel schöner wie dieses Speeder. Ja. Aber wenn man getroffen wird, man immer mal sofort tot, aber irgendwie verlieben ist nur 9% oder so, weil es wackelt einfach alles, wenn man getroffen wird. Ich habe einen Kill aus der Luft geschossen, der war geil. Aber jetzt habe ich einen Verfolgern mit dran hängen. Das ist nicht mehr geil. Ich spiele 12 Mal, das will ich, das will ich, das will ich. Geil, wir haben uns gegenseitig getötet. Weil wir zusammengeknallt sind. Richtig geiler Sparte. Aber jetzt ist geil. Dann wieder ein enhanced geht. Es leckt wie das Wort. Leudat gilt mal 19 zu 3 hier so. Alter ist die richtig ab und vor allem, das sind unsere Red. Lại Tietz ist ihm kommt einfach auch kein Schaden, das ist der Richtigkeit. Wir haben der ersten Runde uns nicht abgezogen. Eigentlich müsst ihr schon auf 66% sein, ob ihr irgendeine Chance hättet. oder ihr habt auch so richtig gute Piloten wie wir letzte Runde was der fuck ist hier los Alter hinter dir dahinten haben sie alle hinzunehmen Fortschild drinnen oh endlich einen in meiner Fresse so ich hab das hier drin gecleatet dann ist irgendwas hinvolles gemacht Alter wow das ist dann wieder eine gute Street gemacht da drin Kirstie Kronos aber richtig fertig haben 25 zu 4 Bitches und jetzt erobern wir das Ding da drinnen Auer Faxenleiter Ulrichs immer diese Scheißleiter immer immer auf mich ein was auch nichts verdammt Morte Park erzieht einfach im Nachkampf die Sniper und killt mich damit Ach Gott ey sie immer diese Fax Sniper ja ich bin da ich kann es wieder direkt her so jetzt gehe ich mit dem Raketenmerfer rein ist mir scheißegal das ist genauso du wie aber zack so jetzt war nicht mein Kill keine Ahnung wo die Rakete geplatzt ist aber nicht da wo sie platzen hätte sollen so jetzt Granatenkill jetzt rein da so das war ein schöner Push natürlich ja okay wieder eine kleine Killstreak gemacht aber es sind einfach zu viele in dem Scheiß Hangar drin weil die spawnen da halt auch auf Dauerschleife Dauerlecker ach jetzt ist wieder Dingszeit dann lasst du mal oh wow was war das der war nice der war richtig nice da vorne ist einer das war hier gerade einer wo ist er hingerannt nein diese Wichse oh hier liegt ein TIE Fighter alter TIE Fighter ne ist ein Interceptor aber die sind richtig geil die Teil der Sektor zum vollen Kampfmaschinen was in den drittlich hier kein Schaden gemacht er war mir kein Schaden muss ich bin Schuster das wurde in der Fahrt mit rein oder sehe doch was ja war da du hast du nämlich gelangweilt hat ja habe ich die ganze zeit geflogen erste nicht weil er dich ja gefällt nein hat er nichts von anderen er musste wegspringen bei ihr hofer hängen ich habe nachdem er die verstärkung gegeben mit schützen und raketen aber irgendwie war keiner da die nicht hätten da immer dieser akropovic keine ahnung wie ganz so rebellen sind egal wo ich hinschieße ich darf keine ich sehe nur akropovic ich kann es kippen zinsen nicht mehr als teilweise jetzt ist immerhin diese dinger wo erhebungen sind oder so da halte ich auch von dieser scheiß liefern oben nicht schnell Ich glaube, ich habe nie Druck gezündet. Ja. Oh, jetzt habe ich getroffen. Jetzt weiß ich, wo sie stehen. Okay, jetzt warte ich euch viel Spaß da unten. Rocket in! Siehst du mich jetzt verarschen? Der stirbt, nicht? Jetzt aber. Das vier. Was ist das? Fick nur Kill Assists. Ich mache keine wirklichen Kill. Ich mache nur Assists, weil... Oh, Missile Incoming. Okay, ich habe die Missile abgeschüttelt. Das ist auch cool. Juhu! Was kann du? Weg hier, ich bin fast tot. Alter, wie wir ja gerade zu dritt an einem Sohn im Ding dran. Hey, ich wurde von der Sniper aus der Luft geschossen. Auf! Wow, was war das jetzt? Gegner Wasser. Ich habe keinen Damage. Sarwennet worden. Ah, dort hygien. Defensive Walker. spiel nädtisch ist richtig geil ich zeige euch dass es auch auf der brenn seite geht nicht so gut dass man hier auf der imperialen seite mit einer dreißig zu neuen packen sie mir 30 zu neun leute das war ein richtiger rate und dazu noch die most ab links die fände das war schief muss ich sagen das hat spaß gemacht ich würde sagen wir sehen uns an einer weiteren folge und von der beta von battlefield und das er bettelfront nicht und bis dahin sausten tschau tschau tschau